Servus Freunde, das hier ist ein neues Video. Heute geht es um Oberflächlichkeit und um das Thema Alle verlieben sich in das Aussehen, auf das Innere wird geschissen. Ja, nach dem Intro. Ja, servus meine Damen und Herren, mein Name ist MTC. So, eine kleine Änderung heute, nämlich vor der Kamera. Einige von euch haben mir privat geschrieben, ey Empty, kannst du mal ein Themenkommentary machen und zwar mit Facecam? Hab ich mir so gedacht, hm, mit Facecam. Ja, kann man machen, alles klar. Nice. Ich hab heute nur 8 Minuten zur Verfügung. Ja, im Hintergrund seht ihr ein nettes Call of Duty Black Ops 2 Zombie Mode Gameplay. Von mir erspielt natürlich. Ja, um was geht es heute? Heute geht es um, ja, um was geht es denn heute? Ich will es mal gut ausdrücken. Also, es geht um dieses Thema von wegen, ähm, das Aussehen zählt mehr als das Innere. Also, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Ne, ähm, man sagt ja, ja, man guckt ja nur aufs Äußere, das Innere ist einem völlig egal und bla. Und heute möchte ich mal meine Meinung dazu ein bisschen preisgeben. Und, ja, viele sagen ja, ja, äh, es gibt nur noch Menschen, die aufs Äußere schauen. Ob das Innere guckt, keiner mehr. Wenn jemand hässlich ist, dann wird er direkt abgewiesen. Aber keiner schaut ins Innere und denkt sich so, hm, er hat ein gutes Herz, er hat einen tollen Charakter und ich verliebe mich jetzt in ihn. Ich meine, hey, ich meine, okay, gut. Jeder hat wahrscheinlich diesen Moralapostel in sich, ja. Ähm, der dann sagt, ja, das stimmt auf jeden Fall, man sollte nicht nur aufs Äußere gucken, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du da draußen, jetzt der, der hier jetzt gerade zuschaut, wenn du da draußen, nein, gerade ob du jetzt halt ein Mädchen bist oder ein Junge. Ja, wenn du Single bist, ja. Da guckst du dann, also ich meine, man guckt generell Leute an, egal ob man jetzt halt Single oder vergeben ist. Und jeder, der was anderes behauptet, ist einfach, meine Augen, voll Idiot. Gut, ähm, das Ding ist einfach, wenn du eine Person anschaust, dann denkst du dir, dann denkst du dir ja deinen Teil, weißt du, du denkst dir deinen Teil, ungewollt. Und, ja, wenn die Person vom Äußerlichen her, also vom Typ her, dir so gar nicht entspricht, ja. Und du dennoch mit dieser Person was machst, weil diese Person wahrscheinlich irgendwo in deinem Freundeskreis ist, ja. Und diese Person kommt irgendwann zu dir an und sagt, hey, ich hab mich nicht verguckt. So, aber äußerlich ist diese Person gar nicht dein Fall. Sie ist vielleicht zu dünn, zu dick. Vielleicht hat sie zu kurze Haare oder zu lange Haare oder hat einen komischen Blick. Oder, keine Ahnung, ist einfach viel zu nett oder einfach viel zu schlecht gelaunt. Vielleicht ist diese Person einfach vom ersten Eindruck her einfach gar nicht dein Typ. Überhaupt nicht dein Typ. Würdest du dann trotzdem, ich meine, okay, gut, befreundet sein kann man wirklich mit jedem. Ist, das stimmt eigentlich. So, aber wenn du da draußen eine Person kennenlernst und dir nur denkst, hm, okay, optisch gesehen ist diese Person nicht mein Typ. Aber ich hab diese Person jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Die Person hat einen netten Charakter und einen tollen Humor. Da kannst du trotzdem, ich meine, okay, es gibt seltene Fälle, äh, bei denen man, also was das Optische betrifft, und so gar nicht auf die Person steht, aber irgendwie dann doch Gefühle bekommt, weil einem das Innere gut gefällt. So, das ist, das ist ein Fall, der kann auftreten, aber der ist ein seltener Fall. Also das ist ein total seltener Fall. Also, hab ich schon wirklich mitbekommen im Bekannten- bzw. Freundeskreis. Aber ich persönlich, ich meine, es kann immer wieder passieren, klar, aber ich persönlich empfinde sowas für scheiße, Humbug, Bullshit. Ähm, also bei mir ist es so, wenn eine Person äußerlich und nicht mir gefällt, also ich meine, gut, äh, Schönheit liegt definitiv im Auge des Betrachters, ja. Und bevor ich hier weitermache, muss ich mal ganz kurz auf meine Stoppe schauen, okay, gut, okay, ich hab noch ein paar Minuten. Ähm, wenn ich jetzt eine Person kennenlerne und die Person absolut nicht mein Typ ist, weil die Person vielleicht mir zu dünn ist oder zu klein oder von den Gesichtszügen einfach nicht mein Typ ist, und die Person irgendwann zu mir ankommt und sagt, hey, du bist eine nette, hübsche Person, ich glaube, ich hab mich in dich verguckt. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mich auch in dich, ich finde dich auch voll sympathisch und darauf kommt's an. Nein, kann ich nicht machen, wenn die Person äußerlich nicht mein Typ ist, wenn die mir absolut nicht gefällt. Ich sag nicht, dass sie hässlich ist. Aber trotzdem, es gibt Personen, die werden, ähm, gesellschaftlich gesehen, ähm, wirklich als perfekt bewertet oder eingestuft, sag ich mal. Ja, so, es gibt ja diese gewissen Studien, ja, und da wird eine Person beispielsweise, das kommt oft vor bei Promis, da werden die als super hübsch, ähm, beschrieben. Und diese Megan Fox zum Beispiel, ja, jeder Typ sagt, boah, die ist voll geil, die würde ich so gerne flachlegen, die ist so hübsch, das ist das geilste Vibe auf Erden. Wenn ich mir die angucke, denke ich mir so, hm, ja, okay, hab schon ein schönerer gesehen, also mein Typ wäre die jetzt nicht, und es ist nicht gelogen, ich bin Single, ich darf mir sowas rausnehmen, wenn ich sie sagen würde, ey, die sieht voll Hammer aus, ich würde sie mal gerne, ne, und so. Ich könnte es mir rausnehmen, aber, der ist einfach nicht. Ich meine, okay, wie gesagt, wenn man eine Person kennenlernt, ähm, kann es auf jeden Fall passieren, dass man sich mit der Zeit ins Innere verliebt heißt. Und den Humor und den Charakter, je nachdem, das kann vorkommen, aber bei mir, hm, hm, da kannst du vergessen. Deswegen, alle Leute, die sagen, ah, man verliebt sich ja nur in das Äußere und nicht in das Innere, die sind in meinen Augen einfach nur Volltrottel. Die sollen sich ein Leben suchen, ein Hobby, ein Vernünftiges, eine Zeit, äh, Vertreibs, äh, Beschäftigung, keine Ahnung. Das ist einfach für mich Bullshit. So, ich hab noch eine Minute, eine knappe. Wie gesagt, es ist Bullshit in meinen Augen, ähm, man muss, wenn man sich in eine Person verliebt, wenn man sagt, ähm, wenn man von vornherein sagt, es muss halt einfach perfekt sein. Dieses bestimmte Perfekt, dieses Abklatschperfekt, ja, dieses Paradebeispiel für Perfekt, ja, dann muss auch das Äußere stimmen, da muss man auch zusammenpassen. Ich meine, es gibt zwar mehrere Faktoren, hm, passt diese Person zu mir vom Äußerlichen her, hm, beispielsweise ich bin zwei Meter groß und ich hab eine Freundin, die nur 1,50 ist, passt das wirklich zusammen? Will ich das Mädchen haben? Will die mich überhaupt haben? Man weiß es halt nicht. Es ist halt alles, Liebe ist halt, ja, ne, also wie gesagt, wenn man jetzt halt von Liebe spricht, Liebe kennt kein Alter, keine Größe, kein Gewicht, kein gar nichts. Aber dennoch ist es wirklich so, also rein von dieser Interesse, wenn es ja zu mir ein Kumpel sagt, hey, wie findest du ja eigentlich so, das ist eine Tusti, das ist eine Freundin von meiner Schwester, wie findest du die? So, und ich gucke die äußerlich an und ich muss die äußerlich bewerten, dann sage ich, ne, die ist nicht mein Typ, vielleicht bin ich ihr Typ. Aber wenn die nicht mein Typ ist, dann kann ich nichts für, dann kann ich nicht sagen, ja gut, sie hat ein schönes Lächeln und ja, sie hat anscheinend einen tollen Charakter, ist ganz nett, vielleicht, wenn ich ein, zwei Mal mit ihr weg war, was trinken oder sowas. Wenn sie aber äußerlich nicht mein Typ ist, dann ist es auch so. Das muss man sich vor Augen halten, Leute. Also heuchelt nicht rum und macht einfach euer Ding. Freunde, ich bin hier durch, ne, schreibt mal in die Kommentare, wie das so ist, ob ihr mehr Lust habt auf Videos mit Facecam oder ob ihr gar keinen Bock auf meine scheiß Fratze habt, müsst ihr in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, warte ich, dann bin ich auf jeden Fall für heute mal raus, ne, euer MT.